Dieser Ford Mondeo ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Kombi hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 19.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, ISOFIX, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 163 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 20.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Abила sie. Abila 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 Vielen Dank.